Geht sich gut, der kurz unterbrochen. Aber den Dialog haben wir noch zu Ende laufen lassen. Bye. Heh, sen. Äh. Hey, kann ich euch was bekommen? Wie was? Was, was zu lesen? Wir sind blind. Oh, wie ist sie nicht das? Ah, immer diese schönen Witze. Hey, kann ich... Vielleicht ein rückwärtses Bier? Nein, danke. Ich habe eine Flaske von Barnacle-Juice unter dieser Runde. Diet-Barnacle-Juice über hier. Mhm. Hey, kann ich... ...eine mehr Holy-Tier-Gas? Oh, ja. Hier. Just fill that up for me, if you could. Thanks. Kein Problem. Bye. Sense you later. Sense you later, auf jeden Fall. Da haben wir jetzt auch diese Kartusche und ich weiß, glaube... Ich glaube, ich weiß, wo man das noch brauchen kann. Okay, a little to the left. Ich habe... Ich habe da... Ich glaube, das ist sowas in Erinnerung. Can you hear me up there? Come to me, old chum. Bleh. I mean, when is this not going to come in handy? Mal mitnehmen. Wie kann er in die Schaden? This stuff is like Love Potion for Seagulls. Nice inversion, Clarence. No way. I'm not becoming Seagullbait. Fast nicht. Schade. Ich glaube, dann können wir den noch irgendwie zum Kotzen bringen. Hey, kann ich ein paar von deinen Säp? Du würdest nur den Resten haben. Was für ein Blinder... Ich werde dich wieder zurückkommen. Okay, können wir nicht. Halt, 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 halt. Ich wollte den Heimer noch abstellen. Vielleicht geht das ja. Heimer. Oh, und jetzt dekorierst du mich wie ein Christmastrois? Ist es kein Ende der Humiliation? Hey, kann ich dich zurückkommen? Ich glaube, ich kann ein Millionen aus dieser Idee machen. Mal gucken, kann man da irgendwas machen? Für sich? Ich glaube, dass die Frucht da helfen würde. Better nicht. Aber kann man hier noch irgendwas machen bei der Schlange? Oh, ja. Oh, ja. Firm. Und pungent. Just my size. Nah, that doesn't need a new sun. What's this supposed to be? I need... No way. I'm not becoming seagull bait. Okay, kann man also nichts machen. Okay, so do not go that way. Got it. Hey, here's some wood. That wood is playing a vital security function where it is. Uh-huh. Nah, that doesn't need a new sun. Especially not a vintage crystal one. Hmm. Hi. Hey, Bella. Do you know what rises from a rotten bed? No. But it sounds like one of those fruity riddles my ex-girlfriend Becky was into. Man, I do not miss her. Hmm. Catch you later. Sag nicht, da braucht man dem Pfirsich. Dann renn mal, Bella. Probieren kann man's ja. Ob man irgendwas davon geben kann. Keine Ahnung, warum ich das bis jetzt so nicht ausprobiert hab. Also, Sachen random geben. Hilft ja immer. Nein, nicht immer, aber manchmal. Ich muss nur mal kurz niesen. Gehört dazu. Laufen, laufen, hochgehen. Und dann schauen wir mal. Dann ist es der Pfirsich. Check it out. Fruit. No, thanks. These are our only robes. We don't want to get them all sticky. It's the answer to your riddle. But it's just a fruit. With a pit inside. Oh, my God. It's so simple. Why didn't we get that? Oh, man. That's been bugging us all day. But what does it have to do with the pyramid? Huh? Oh, nothing. It's just something our friend Becky Yorn told us this morning. Hmm. She thinks she's so smart. I can't wait to rub this thing in her face. So, uh, can I go in there now? Oh, yeah, yeah, whatever. Knock yourself out. Guess this is where they buried their old God. Ah, da ist der wohl eingesperrt. Irgendwie. Na. It's that same religious symbol. But this one is recessed. Like a socket. Hmm. Schau mal, geht das? I don't think that will fit in this socket. Ah, Mann. Mein Mund riecht wie Tod. Oh, hey. You found my circuit control router. That's awesome. Now I can fire up this ship and get back to Laruna. You're welcome. Oh, yeah. Thanks for finding my circuit control router. I lost it during the crash and couldn't find it anywhere. I drew pictures of it for the locals and kept saying, give me this, give me this. After a few years, I just had to put myself in cryogenic storage and hope someone smarter would come along and find it. Ah, okay. Ich verstehe. Are you the Jedi God? Man, that's so embarrassing. The locals called me that when my spaceship crashed here. And I kind of went along with it, because, well, you know, God. Naja. Sie konnten echt nicht viel. Gut, dass wir zufällig vorbeikommen sind. Were you really dead? Er war 300 Jahre hier eingesperrt. Arme Sau. Does the ship you mentioned have any weapons? Hey, whoa. There's a giant monster that's destroying villages and eating young girls and it may or may not have already... My whole family might be... Anyway, I just need to take down a horrible monster. Will you help? I... I mean, sure. I owe you one. But my ship didn't have any weapons that I know of. I'll dig around once I get this heap working and let you know. That, uh, ergeblich er vielleicht Shay sein könnte oder der Vater von Shay oder irgendwie sowas. Wer weiß. Vielleicht stimmt es ja. Kann man ja nicht wissen. Kann ich mir helfen? Depends. You know anything about Spaceships? No. I'm just a baker from Sugarbunting. Sugarbunting? Is that anything like Steelbunting? When I first landed, there was this town called Steelbunting that the locals were all afraid of. Apparently it's full of badass. So we're standing in a spaceship? Oh my God. Just the upper observation deck. The rest of it's buried underneath. I'm gonna need to fix more wiring before I can even gain access to it. Aha. What's Laruna? That's my home planet. Or at least it was. Who knows if it's even still there. Möglich ist es. Shay ist ja auch von einem fremden Planeten abgehauen. Also möglich wär's. What's all this equipment do? This is the main observation deck of my ship. So this stuff mostly scans for signs of life or habitable worlds. Anything that would help the mission. What was your mission? Operation Dandelion. Laruna was dying. This spaceship was supposed to give us a fresh chance in a new home. But instead we crashed here. Da kommt die Parallelen noch mehr auf. Die waren ja irgendwie auch noch. War Shay und so weiter nicht irgendwas zustande mit Operation Löwenzahn. Soweit ich mich erinnere. Also irgendwas haben die miteinander zu tun. Das steht auf jeden Fall fest. How did your ship crash? I hate to think about it, but there's a chance it was me. I tried to hack into the ship's controls and take over. Then some weird stuff happened and the next thing I know I'm here. Okay, see you later. Aha. Könnt echt Shay sein. Hi. Hey. Any luck so far? Well, there are some missing parts, but if I can get them all, I should be able to get something working. As a weapon? Oh, uh, no, sorry. Get my ship working, so I can get out of here, I mean. I haven't started on the whole weapon thing yet. Let me know if you have any ideas. Okay, see you later. Okay. Warte mal, kann man das da einsetzen? There's already something in there and it already looks a lot like my stained glass. Hmm. There's already something in there and it already fits. Careful with that device. If it's hooked up wrong, it can be very destructive. Ooh. Pretty colors. Whoops. Hey, that was my amplifying quartz. Without that, how am I supposed to read the data from the search beam? Sorry, I'll get a new one. Oh, don't bother. All I really care about is getting out of here, and I don't need a search beam for that. Hmm. I feel bad for swiping this laser coil. I should probably put it back. Nailed it. What have you done? Uh, fixed your ship? You put the amplifying quartz after the laser coil. If I powered up the beam in this configuration, I mean, the thermal feedback alone could melt down my entire ship. I could conceivably release the extra energy out of the targeting iris, but that would only produce a powerful weaponized... Well, heck, let's just call a death ray a death ray. Yay! Hmm, there could be a help. So we could... And I told Becky, you're so ugly. So we could be a star... So we could be a star... Okay, the targeting iris has 300 years of rust on it, but it should do the trick. I'll try to lure him into a good spot. You can fire the weapon with this remote trigger. Like this? Okay, shut it down. Clarence? Was that you? Knock it off! Just use quick bursts, or that hacked circuit of yours will cause a meltdown up here. I'm not sure how to thank you for this. You know what? The whole time I was on that spaceship, all I really wanted was to be as useful as I feel right now. Well, wish me luck. Hey, if you're really from steel bunting, I'm sure you're not going to need it. Okay, then we have a laser. Come on, Clarence, we're running out of the way! We're going to be as a weapon against the... ... 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 Ah, ich hätt noch mal ne Idee. Jawoll, das funktioniert. Und während die abgelenkt sind, nehmen wir das Beispiel. Okay. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Das hilft vielleicht gegen Monschakra. Gucken wir mal, ob wir dem helfen können. Monschakra. Oh, Mum. Wir haben einen wie das zurück nach Hause. Wir machen Sanfte Kacken. Let's cut this ribbon already. The ribbon is there for your protection. The arena is still under construction. Okay. das heißt sachen sammeln um das zurück zu kriegen aber ich kann auch nichts weiter auswählen ok das haben wir noch zu tun irgendwas muss doch gegen die schlange machen irgendwas muss doch da geben da finde ich wahrscheinlich auch kein holz oben ich glaube oben habe ich soweit alles dann aber auch nichts gut dann gehen wir mal wieder zurück ins dorf vielleicht habe ich da irgendwas noch übersehen es wird es 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 Was anderes kann ich... Kann ich jetzt mit denen noch mal irgendwas reden? Kann ich mit denen noch reden? Wie können wir beide hatten die gleiche Visionen? Hey, haben Sie gesehen den Deadeyei-God? Sie müssen uns sprechen. Schau, es war nur eine Vizenziale Vision. Es ist perfekt normal für die Menschen, besonders wenn sie sich auf jeden Tag standen. Die Blut geht zu Ihren Fuß! Hey, hey, okay! Hm. Was ist das strange Symbol, die ich all über die Pyramide sehe? Das heißt, das Gamethus? Das war das selbe Symbol des Deadeyei-Gods. Es ist gesagt, dass in seinem Tag der Deadeyei-God die Gamethus für alle seine Followern drehen würde. Das war sehr wichtig für ihn. Und so haben wir ihn bis zu diesem Tag geworfen. Bye! Sends you later! Sends you later ist so ein genialer Satz. Kann ich mit denen noch irgendwas reden? Hi! Hey! You ready for the big battle? Sure. Question is, are you...? With this big Death Ray on my side? I think maybe so. Okay, see you later! Uh-huh. Hope that old stained glass window does the trick. Wait, what did you say you replaced my amplifying cords with? Oh, just an off-brand amplifying cords. Can't tell the difference. Hmm. Naja, das wird doch eh nix. Aber irgendwie muss man doch da noch hochkommen. Don't make me come up there! Let's cut this ribbon already. The ribbon is there for your protection! The ribbon is there. Hmm. That's not a good place to hang a ladder. Where can I put the ladder again? I'll probably need it somewhere. Here. Can I do something with the tree? I've got a ladder in my pocket. Bet that will make you barf for sure. Is it from Meriloft? They only use naturally fallen branches, collected by their birds. See? It's possible to live in harmony with nature, you barbarian! Dang! Hey, I'll let you get back to your... Hmm. Also irgendwie brauche ich noch was den anregt. Hey, here's some wood. That wood is playing a vital security function where it is. That's the second hole I've put in this cabin so far. Hello? Is anyone down there? Well, I'll see you too late. I think that there is something too late. Okay, that it is something else. There's nothing more. I think that there is something else. ist da geht nicht sein komme ich auch nicht lang gut bringt es was mit dir anziehen schauen wir mal hier wahrscheinlich eher weniger okay this time i'm sure i went ich kann nicht meine hände ich muss mich nicht daran erinnern ich muss mich nicht an der Weg kommen oh Gott ich kann nicht meine Hände ich kann nicht eine Strecke mit mir auf ich kann nicht meine Hände na gut dann kann ich hier nichts machen irgendwie gerade okay so nicht geh da hin got it auf jeden fall brauche ich irgendwie Holz an diesem dreibeinigen Stuhl ist auf jeden fall klar die Frage ist nur wo kriege ich am besten jetzt mal Holz her ah ne das geht da in die Richtung das ist ein das ist ein guter Ort das ist ein guter Ort das ist ein guter Ort da Marshal Dooh wie geht das das ist ein guter Ort 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 das ich mache mit dieser Bühne ist schiebte Mob Chandra in den Rücken Hier lag aber sonst nichts mehr rum, oder? Nee, nee. Mit dem konnte ich noch reden. Das geht wahrscheinlich überhaupt rein. Okay, hier geht aber wirklich nichts mehr, okay. Okay, das ist das, was ich wissen wollte. Also, was könnte ich jetzt noch machen? Ich muss irgendwie bei dem Bau mithelfen. Hm, kriege ich von denen Haken? Okay, das geht also dann doch. Wo kriege ich Holz her? Ja, nirgendwo muss ich ja doch doch Holz herkriegen. Holz, Holz. Hi. Hey, Vela. Okay, mach mir einen Stuhl. Ich würde gerne. Also, irgendwas muss es hier doch noch geben. Ich denke, ich brauche einen Stuhl, um zu fahren zu fahren. Schauen wir mal. لاmal so. Ja meno. Ich glaube, da ist doch dochitched.